Ja, meine Damen und Herren, vor allen Dingen meine Damen. Jetzt, meine Damen. Wuuuuh! Ich muss gerade mal das Wasser hier wechseln. Jetzt kommen vier junge Herren. Nur noch vier junge Herren. Sie werden sich fragen, wieso? Warum? Das waren doch sonst immer fünf junge Herren. Nein, der Kevin ist nicht mehr dabei. Kevin, kennen Sie doch noch? Kevin? Von Blackstreet Boys? Wissen Sie doch genau, wer das war? Ich kann es mal kurz andeuten. Was denn? Der ist leider nicht mehr dabei. Ich weiß nicht warum. Er hat doch irgendwie, glaube ich, den, den, äh, keine Ahnung, Auszeit genommen. So. Und, ähm, aber die anderen vier, meine Damen und Herren, sind heute Abend hier. Und deswegen sollten Sie sich natürlich umso mehr freuen. Ich gebe Ihnen heute den Kevin, ja. Hier sind die Backstreet Boys, Herr Lampard. Und, ähm, ! WELCOME TO BACKSOOT BELL! 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 WELCOME TO BACKSOOT BELL!